Sie sind zurück. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Doch die Vergangenheit holt Sie ein. Ich suche Kay. Er ist seit mehr als 40 Jahren tot. Springt durch die Zeit. Kay? Woher kennen Sie meinen Namen? Rette die Welt. Ich bin ein Agent der Men in Black. Ich komme aus der Zukunft. Wir sind partners. Wir müssen auf der Stelle los. Okay. Toma Lee Jones. Josh Brolin. Will Smith. Gut, meine aus der Zukunft. Wohin geht's? Keine Ahnung. Die Free-TV-Premiere in der Week of Wow. Men in Black 3. Donnerstag, 28. August.